nun wird zurück so wir oben sind fliegen einfach drüber über alle noch mal absetzen und durchatmen so wo ist das Teil wo wir hinwollen ach so nach leider immer natürlich gerne in die falsche Richtung ach so kommt dann her man muss um den baum rum werden was hier wäre grad das bernstein ding und dann können wir das holen ja zudem da ist ein bärchen bitte das war spürt die Wut da ist etwas wo ihr dann er ist auch nicht immer hier aber hier 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 benutzen diese schlüssel stein und da eine abtrieb machen ja dann hat nämlich eins von dreien das ihr braucht du habt ihr auch nicht beherrschungspunkt bekommen ja ich ja was kann ich hier mitmachen warte warte habe ich habe hier eine gruppe gepostet wegschmeißen kannst du wegschmeißen perfekt zack wie was er diese leeren um zu ja ja warum nicht nun hier sind links rum da trottplatz das die besuchen jetzt findet auch das meta event statt über sehr viele jahre batterien schallrötchen alles was man so braucht deponie eins hier soll man das beschützen kann ja kurz mal dran ich glaube wir sind länger als event oder vielleicht macht das ja noch jemand anderes gilt bloß zwei logik durch die welt laufen und alles anpocken ehrlich gesagt auch so trotzdem eine große steigerung zu dem klassischen mmo an orten stehen und warten dass man was tut prügeln kann und dann macht es doch jemand anderes schneller als einer selbst so hier rechts von uns ist eine sehenswürdigkeit mit dieser von süden kommen wir dorthin da wo diese grüne ding ist wenn ich dann sowieso auf dem weg das heißt das grüne ja das spiel das ganze nur genutzt wenn du so ein jade späneverwerter das ding hier ist interessant viele von den spezialisierungswaffen für die einzelnen klassen haben töte der klingen im echowald zum beispiel wächter hat mit dem wächter ist irgendwie nichts hinbekommen das ist immer noch eine ele habe ich sofort gekriegt ich bin der erste nix ich habe es noch nicht wieder mit dem echter hier doch hier ist die geheime Höhe oder? hier ist die geheime Höhe oder? ja so okay da gibt es dann was zu lesen und so und anzuklicken ich werde euch zerbrechen Audioeintrag von Anka ich bin ziemlich sicher dass die jadebruderschaft die technik behalten will also werden die sprecher ja da ist ein rechifte älterkling ist gerade im Mond weggeflogen da ist noch Notizen völlig unmöglich ja braucht man hauptsächlich zusammengekommen ich habe die bei näher und betrachtung nicht mehr zerstört durch Thüringen aus Lungen wir leben noch vor Haken das ist interessant zeig mir wohin es flog Moment noch was da ist noch mein Audio-Lock im Tagbuch die Einheimischen müssen ihre Perle treiben beweisen wer das Wagen hat zwei meiner Piraten wurden gefangen normalerweise würde ich das als Verlust abschreiben aber so viel Glück habe ich nicht sie waren dabei Teile von neues Nebelportalgerät zu schaffen dann wurden sie mit den Teilen geschnappt aber es sollte realistisch sein selbst wenn ich diese Teile bekäme ist das Portalgerät noch in weiter Ferne das ist doch eine gewisse Erklärung Frau Hanjin ist um einiges einfacher ohne emotionale Belastung also versucht Anka ihr Nebelportalgerät nachzubauen jede gefangene Ätherklinge hatte ein Teil das sie brauchte dann tauchte das geheimnisvolle Luftschiff auf mit einem funktionierenden Modell an Bord Anka bricht ihre Verhandlungen ab und konzentriert sich darauf das Luftschiff zu finden was bedeutet wir sollten es vermutlich zuerst finden Hey Kommandeur hier ist Ivan wisst ihr von der Arbeit ich glaube ich und Gorik haben da eine Spur wo können wir uns alle treffen ich habe beide Hände mit den Sprechern und der Jadeboda-Schawolf hier kannst du da vorne nochmal drauf halten ja ein Gebeten das hat hier ganz schön hoch so flammendinger sind böse die so flammendinger sind böse bis das vorbei ist zurück zur Natur Asche zu Asche und sonst noch was okay ihr trefft euch mit Rama im Mori okay das ist ganz unten in der Ecke oder das ist ganz unten in der Ecke wir können hier ja nehmen wir hier mal ein bisschen mit und decken sie will nicht das eine oder andere ich will mal die eine Sehenswürdigkeit hier noch mitnehmen Sanzalien rechts und die drei auch noch den händen punkt hoch südlich ist oben ist jetzt bin ich eben gerade schon ollie hatte hattest du zu sehen ja aber da ist noch eine weitere der elite ist weg der hat mich eben gerade gekillt hier ist er wieder da und dann können die anderen auch mal hatte ich bin gleich seit der ersten nun an die hätte nicht so leicht ablenken nur gucken wo wir am besten jetzt so hin bis 8 amore dorf ich überlege gerade jetzt eine ab speziell ich denke wir gehen mit gar des see und dann erst mal nach unten einlegen ja das wird in den west von da aus ich bin doch erstmal hier runter zu dem dorf hier ist immer alles voll ich bin euch hingegen gekommen einfach mal so raptor dann ist es leicht gemütlich gehen jetzt dort diesen weg also wenn man die wege kennt kann man hier auch mit dem rollkäfer richtig durch alle so hier sind jede menge hat ollie das freigeschaltet dass er auch hier das harz bekommt ja das krieg ich das braucht man anscheinend nicht frei so muss ja nicht für alles eine beherrschung einführen durch eine quest ich weiß nicht mehr bei was das war nie das ist etwas anderes muss man das war wir gehen jetzt auch einen weg etwas freizustellen nur eine weitere bestätigung wie großartig ich bin ich kann gerade nicht aufsteigen das reicht wenn der gleitet keine ahnung ähm meine richtung einfach gleiten reicht schon ihr seid jetzt weiter nach oben gehangen nach unten wir sind weiter nach rechts gegangen also richtung sie ich sah schon ich sehe den sie noch nicht ach so ja gut also da wo ich ganz weit weg bin außerhalb des sichtbereichs ungefähr da sehe ich jetzt muss ja identifizieren welche blauen punkte hier sind und das hat dann da hinten noch da war eine sehenswürdigkeit ja hier sind 40 stück jede menge aber wenn ich mal hier bin gut dann geh ich nochmal zurück zu euch weil das ist ja dann sonst kommt jeder jetzt bin ich bin jetzt bin ich bin das ist natürlich auch ein kleiner unterschied immer ob man die karte zum 24 mal abläuft oder aber eben zum ersten mal oder zum zweiten mal wie denn machen wir mal den anderen weg hier ja warte einfach auf die warte einfach ja komm schon ich glücklich noch okay jetzt sehe ich hier was nach da sollen wir hin okay ja hier ist so'n weg durch Das hilft doch sehr, wenn man das auf der Karte sieht. Da kannst du nicht zu dem Ding hin, kannst du vergessen. Du kommst da nicht hin, vergiss es. Komm einfach zu uns, dann kommst du da hin. Wir sind hier nicht umsonst. Das ist wie verschlungene Tiefen, obwohl die Wege eigentlich sogar viel einfacher sind als in verschlungenen Tiefen, wenn man die kennt. Ansonsten kann man verzweifeln. Den direkten Weg irgendwo hin, den kannst du in richtig vielen Punkten hier richtig vergessen. Also hier gibt es eigentlich was Gutes zu merken. Vom westlichsten Punkt ist sie es nach Westen und vom nördlichsten Punkt ist sie es nach Norden. Das ist ein sehr guter Eselsbrücker, wenn du etwas hier finden willst. Jetzt gehen wir weiter nochmal. Einfach ein Rochen. Können wir hier mal uns folgen. Seid ihr da? Auf dem Rochen, einfach in die Richtung. Moment, machen wir. So. Und dort, hier nach unten, da muss man den Hals absteigen. Oder tauchen. Ja, tauchen auf jeden Fall sowieso. Dann ist erstmal hier direkt vor uns. Da kommt man aber gar nicht durch. Doch. Du musst, das ist nur schmaler Eingang halt. Dann gehe ich mal vom Rochen runter. Ja, das ist wichtig. Ja, ich dachte, tauchen ist tauchen. Und dann ist da noch etwas, das werdet ihr erst für später, damit ihr euch das mal merken könnt. Hier auf der anderen Seite. Und zwar hier an der Stelle. Das ist für die, die die Karte aufgedickt haben. Da ist nämlich eine Laterne, die ist direkt hinter der Wand, aber nicht zu sehen, fast nicht. Ja, das ist nur für später, damit ihr das jetzt mal wisst. Okay. Und dann ist hier noch ein Eingang. Ja. Da könnt ihr mit dem Tödel hier reden. Der Tempel von Not. Und hier eventuell, äh, Batterieladung. Tödel. Achso, denn die ich, Icarus. So. Touristin. Ach, bin nur hier. Hilfe brauche nicht. Okay, entfernte Vorfahren. So. Und dann noch die Frage, ob ihr eine bestimmte Wegmarke habt. Das würde ich mal gern wissen. Ja. Und zwar die hier. Habt ihr die schon? Ne, haben wir nicht. Ne, dann holen wir die. Als nächstes. Ich würde, glaube ich, erstmal zum Questpunkt weiter. Die Wegmarke geht ja auch halbwegs vom Arborstein aus. Also sieht mir jetzt weiter weg aus. Und dann lass uns vorbeigehen. Alles gut. Dann können wir auf den Arborstein direkt gehen dort. Also, wir können sie nach Arborstein das Ding reinbringen. Ne, du hast schon recht. Lass uns die ruhig holen. Wir folgen dir. Das heißt, wir fahren jetzt den Weg wieder raus aus dem ganzen Ding. Glauben wollen wir nicht erst Moridorf, wenn wir schon hier sind. Das ist was vom Hau. Ja, wollte ich mir sagen. Okay, Moridorf holen wir den Wegmarke dort. Das war jetzt natürlich nicht aufgepasst. Und wir alle blinden daher mit ins Verderben. Ach ja, warte halt. Hier ist ja, warte mal, nicht hier, sondern gleich daneben. Hier muss noch eine von dieser Bernstein-Dinger. Hier ist es. Da ist eines. In der Mitte. In der Mitte. In der Mitte. In der Mitte. Da wo ich stehe. Da. Ne, da passiert nichts. Achso, das habe ich ja schon, ne? Einen Abrieb. Einen Abrieb machen halt. So. Einmal pro Account, Sascha, glaube ich. Ja. Alles klar. Perfekt. Brauche ich nichts. Der Zugang hier. So, wir holen jetzt einfach nur mal die Herzchen. Wir können von da auch. Sag. Du wolltest das Herz gleich machen? Äh, nö. Ich würde jetzt einfach sagen, den Beherrschungspunkt würde ich aber auf alle Fälle mal kurz. Ja, gut. Das, da muss man hier nach oben. Es gibt hier auch so Seilrutschen, die einiges vereinfachen. Äh. Ja, bestimmt. Wo schreien. Seilrutschen. Ja. Geht hoch. Kann doch gut sein. Zeig. Und das hier. Zeig mir an, wo gehst du hin? Ja. Ja. Da, wo ich stehe, ist der Heldenpunkt. Der Beherrschungspunkt ist ja mehr so im Norden. Ja. Ja. Über der Wegmarke. Ja. 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 Da, wo wir gehen. Und der Beherrschungspunkt ist ja auch. Neu. 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 Neu.